Natürliche und Home-Remedies für Fettleibigkeit Fettleibigkeit ist die letzte bekannte Epidemie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention, mehr als ein Drittel oder 33,8% der amerikanischen Bevölkerung ist fettleibig. Nach Angaben der Vereinten Health Group Bericht am Jahr 2010 veröffentlicht wurde, sind im Zusammenhang mit Fettleibigkeits direkten Ausgaben voraussichtlich bis zum Jahr 2018 eine satte 21% der Nation direkten Ausgaben im Gesundheitssektor zu bilden. Ein strenges Auge auf ihr Gewicht zu halten, ist zwingend notwendig, in diesen Zeiten, denn dies ist so rund 350.000 Menschen im Zusammenhang mit Fettleibigkeit-Komorbiditäten in den Vereinigten Staaten jedes Jahr wegen Sterben. Im Allgemeinen ist es leicht für Kinder und Jugendliche für ihre Größe und das Alter der Nähe ihr Idealgewicht zu bleiben, wenn sie gesund sind. Aber Problem beginnt in den späten 20er Jahren auftauchen, wenn sie in körperlicher Arbeiten, deutlich reduziert. Lethargisch Gewohnheiten zu entwickeln beginnen und die Einzelnen verlieht sein Interesse an Laufen, Schwimmen oder gesunde Aktivitäten. Professionelle und persönliche Stress besteigt es leicht machen eine Nachtwache auf Gesundheit und Fitness zu verlieren. Viele medizinische und kosmetische Unterstützung ist in diesen Tagen Fettleibigkeit zu bekämpfen. Ganz zu schweigen von den exorbitanten Kosten verbunden, sondern auch mit einer Menge von Nebenwirkungen kommen. In diesem Artikel werden wir die Hausmittel zur Verfügung zu behandeln Fettleibigkeit zu diskutieren. Sie brennen nicht ein Loch in der Tasche und kann nur gut tun, wenn sie nicht schlecht, wie sie völlig aus natürlichen Quellen stammen oder sind Hinweise, ihren Lebensstil zu ändern. Die goldene Regel der Gewichtsverlust ist nichts zu überspringen Frühstück. Es ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und hilft einen stetigen Strom von Energie durch den Tag alle zur Verfügung zu stellen. Dies wiederum verhindert ungesunde Naschen. Um zu verhindern, Fettleibigkeit, gibt es keine bessere Wahl als körperliche Bewegung. Zügiges Gehen ist die beste Übung zu beginnen. Sobald Sie zu einer Stunde für mindestens 30 Minuten am Morgen, Training aufwachen. Verbrennen unerwünschte Kalorien durch große Beinmuskeln setzen zu arbeiten. Honig gilt als ein hervorragendes Hausmittel zu sein. Machen Sie eine Mischung aus zwei Teelöffel Limettensaft, einem Teelöffel Honig in einem Glas Wasser, fügen Sie etwas Pfefferet und haben es regelmäßig das erste, was am Morgen. Stoppen Sie zwischen den Mahlzeiten knabbern. Trainieren Sie sich weniger Nahrung zu haben. Sie genießen auf einer reduzierten Diät Leben. Statt nur zwei Mahlzeiten während des Tages wie Mittag- und Abendessen zu essen, versuchen vier-fünf mehr kleine Mahlzeiten auseinander während des Tages zwei-drei Stunden Abstands zu essen. Dies hilft, den Stoffwechsel des Körpers zu erhöhen. Gewürze wie Ingwer, Zimt, schwarzer Pfeffer und so weiter sind gut für Gewicht zu verlieren. Trinken Ingwer-Tee zwei-dreimal pro Tag. Es ist auch ein gutes Mittel gegen Fettleibigkeit. Zwei Teelöffel Limettensaft hinzugefügt, um Wasser hilft auch bei der Gewichtsabnahme. Haben Sie es häufig. Trinken Sie ein Glas abgekochtes Wasser täglich nach jeder Mahlzeit. Es wird Ihnen auch in natürlich helfen Fettleibigkeit heilen. Ihre Ernährung sollte grünes Blattgemüse, Tomaten und Korotten enthalten. Sie sind kalorienarm, aber reich an Vitaminen und Mineralstoffen und haben echte Nährwert. Erhöhen Sie die Menge an Obst und Gemüse und kalorienreduzierten Lebensmitteln, die Sie füllen. Essen Sie einen Tomatensalat zum Frühstück. Es kann überschnellen Gewichtsverlust bringen. Versuchen 10-12 zu essen Folge wachsen Kerry jeden Morgen für drei bis vier Monate verlässt. Es kann für die Fettleibig als nützlich erweisen, Gewicht zu verlieren. Nehmen Sie eine Handvoll von Jujuba oder indische Pflaumeblätter. Es sollte über Nacht in Wasser eingeweicht werden. Sie können dieses Wasser am Morgen zu trinken, vorzugsweise in einem leeren Magen. Diese Behandlung sollte für mindestens einen Monat lang fortgesetzt werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Kohl wird als ein ausgezeichnetes Hausmittel gegen Fettleibigkeit. Hinzufügen von Kohl in einer Mahlzeit wäre der einfachste Weg, um mit Fettleibigkeit zu bekämpfen. Roh oder gekocht Kohl hemmt die Umwandlung von Zucker und andere Kohlenhydrate in Fett. Kohl hat einen großen Wert Essen und Fettleibigkeit zu kontrollieren. Hinzufügen von Kohl in einer Mahlzeit wäre der einfachste Weg, um mit Fettleibigkeit zu bekämpfen. Unter Vollkornprodukte wie Rage kann bei der Verringerung der ständige Wunsch hilfreich sein, zu essen, damit die tägliche Kalorienzufuhr zu reduzieren. Es hat einen niedrigen glykämischen Index und kann dazu beitragen, den Appetit zu unterdrücken. Schuh eine dünne Scheibe von frischem Ingwerwurzel ein paar Minuten vor den Mahlzeiten. Oder rost ein wenig Ingwer, mischen sich mit etwas Zitronensaft und Salz, und essen eine Prise oder zwei. Fingerhirse ist eine ideal Nahrung für die Fettleibig, weil ihre Verdauung langsam ist und aufgrund dieser, die Kohlenhydrate nehmen eine längere Zeit aufgenommen zu werden. Schutney von grünen Minze mit einigen einfachen Gewürze können mit den Mahlzeiten eingenommen werden. Pfefferminze hilft auch. Mint ist sehr hilfreich, Gewicht zu verlieren. Machen Sie eine Mischung aus 1-4 Teelöffel pulverisierte schwarzer Pfeffer, 3 Teelöffel Limettensaft und 1 Teelöffel Honig in einer Tasse Wasser. Trinken diese für 3-4 Monate kann beim Abnehmen helfen. Warum Home Remedies für Fettleibigkeit sollte versucht werden. Es gibt Medikamente Fettleibigkeit auf dem Markt zu behandeln. Sie sind teilweise wirksam bei der Frage Adressierung und haben unvermeidliche Nebenwirkungen. Dies erschwert die den Gesundheitszustand der übergewichtigen Menschen. Unter Nahrungsergänzungsmittel und Diäten können die metabolische Fähigkeiten des Körpers zu verringern und bei der Gewichtszunahme nach Absätzen der genannten Diät oder Ergänzungen zur Folge haben kann. Es ist aus diesen Gründen, die wir für die natürliche Art und Weise entscheiden sollten mit Fettleibigkeit zu behandeln. Unter Hausmittel können im Zusammenhang mit Fettleibigkeit Probleme anzugehen, ohne irgendwelche Nebenwirkungen zu verursachen. Sie sind wirksam in ihrer Arbeit, weil die Zutaten dieser Mittel enthalten keine künstlichen Chemikalien. Hausmittel gegen Fettleibigkeit sind kostengünstig und leicht zugänglich in der Küche. Sie stellen keine Bedrohung für die natürliche Funktion des Körpers. Sie benötigen keine ärztliche Aufsicht, während sie getroffen werden. Die Vorteile dieser einfachen Hausmittel sind zeitzugetestet. Das Internet bietet eine große Anzahl von zuverlässigen Artikeln über Hausmittel zur Behandlung von Fettleibigkeit. Es gibt auch viele Kräuter in der Natur, die Fettsenken helfen könnte. Unsere Artikelkräuter zu reduzieren Fettleibigkeit sie eine Idee auf, mehr natürliche Elemente geben kann, die Gewichtsabnahme unterstützen kann. Beginnen Sie Ihren Tag mit Zitronensaft. Dies ist eine der besten Therapien Bauchfett zu beseitigen. Binge einige gelbe Saft in ein Glas warmes Wasser und fügen Sie etwas Salz. Setzen Sie diese jeden Morgen zu trinken, um den Stoffwechsel zu fördern und zu dieser Wand loszuwerden. Bleiben Sie weg von weißem Reis. Ersetzen weißer Reis mit verschiedenen Weizenprodukte ab. Fügen Sie braune Reis, Vollkornbrot, Vollkornprodukte, Hafer und Quinoa in Ihre Ernährung. Vermeiden Sie zuckhaltige Substanzen aus Süßigkeiten, gesüßte Getränke und lebensmittelreich an Öl bleiben Sie weg. Diese Lebensmittel konsumieren können Körperfett um verschiedene Bereiche des Körpers wie Bauch und Oberschenkel zu erhöhen. Trinken Sie viel Wasser wenn Sie loswerden Bauch wollen, dann trinken ausreichende Menge an Wasser jeden Tag. Trinkwasser, nach regelmäßigen Abständen wird dazu beitragen, den Stoffwechsel zu fördern und Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Essen Sie rohen Knoblauch 2 vor 3 Knoblauch 10 Schuh jeden Morgen, und trinken Sie ein Glas Zitronenwasser danach. Diese Behandlung wird Ihr Gewichtsverlustprozess verdoppeln und die Blutzirkulation im Körper glatt. Vermeiden Sie nicht Wetschlebensmittel Bauchfett zu beseitigen, empfiehlt es sich, eine nicht vegetarisches Essen vermeiden sollten soweit wie möglich. Laden Sie auf Obst und Gemüse essen eine Schale mit Obst täglich morgens und abends. Das wird Sie füllen mit vielen Antioxidantien, Mineralien und Vitamine. Betten Sie Ihre Küche verwenden Gewürze wie Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer in Ihre Küche. Diese Gewürze werden mit Nutzen für die Gesundheit geladen. Sie helfen, Ihre Insulinresistenz zu verbessern und die Höhe der Zucker im Blut zu reduzieren.